Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit dem Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Da fährt Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Hey, Vito. Hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring ne Xara mit. Okay. Wir treffen uns dort. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street? Klar, fahren wir. Bin schon weg. Wo ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry? Er heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Verlitt stemmen. Was? Wer kommt, ist das Geld nicht leid? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenn den Kerl, der rückt da bevor uns. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, auch noch drei. Zum Beispiel Carlo oder Frank Minchie. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggeprüftet. Na, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Na gut, ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja, ohne Scheiß? Ja, dann können wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Können wir ihm trauen? Klar, von dem leit sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt's keine Probleme. Er gehört. Untertitelung. BR 2018 A diambito. 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 Gut gemacht, Harry. Ich hab euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ja, ich geh sonntags zur Kirche und da hab ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du brichst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter geschrungen hat, beichten zu gehen? Ja, ich hatte Natur sie auf den Hintern geblotzt. Dort hat sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Oster. Nicht schlecht. Echt? 1941. Ich nehm alles zurück. Du kommst in die Hölle. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Pätze reservieren. Weißt du, ich hab mal von so einem Krediteil namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja? Was weißt du über ihn? Du kennst doch Micky den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Falkan die Kloß putzt? Ja. Der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay. Ich verstehe. Aber macht dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. So was passiert uns nicht. Ich verstehe. Wir sind gleich da. Fahr durch das Tor und in den Hof. Kommt mit, Jungs. Aber überlasst das Reden mir. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Folgen Sie mir, Gentleman. Mr. Wong erwartet Sie. Ich bin sehr, 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 sehr viel. Ich verstehe. Ich bin sehr, 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 sehr. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. In Ordnung. Bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in zehn Beutel. Jeder wiegt exakt ein Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen geschäftet zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Lass den Scheiß. Seht Ihr, wie leicht das war? Kommt, ab zum Wagen. Okay, Jungs. Das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Meine Herren. Scheiße, ne Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer an. Hm. Schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Ich zieh um, Jungs. Schieß, Vito. Sicher die Rückseite, Vito. Gib mir Deckung, Vito. Da kommt noch mehr. Ja. Super. Gut gemacht. Das sind immer noch zu viele. Komm. Wir können nicht zurück. Komm ab. Bewegt eure Ärsche. Ist das alles? Sicher die Rückseite, Vito. Bleib an den Fenstern weg. Der Wend, Vito. Ich bin nicht hier oben zu bleiben. Geh mir runter. Vito, bitte in die Tür. Worauf wartest du? Tipp sie ein! Ich bin nicht hier oben. Ich bin nicht hier oben. Ja, ist schon gut. Komm hier. Ist schon gut. Ich bieb dir Deckung. Ab jetzt. Halt ihn an, Vito. Gib mir Deckung. Ich bin der Beste. Hast du Schiss, Arschloch? Okay. Showtime, Vito. Volltreffer. Du schießt wie meine Schwester. Du schießt wie meine Schwester. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Gib mir Deckung. Ohohoho. Mehr kannst du nicht machen. Gib mir Deckung, Vito. Es ist vorbei. Mach ihn alle! Mach ihn alle! Ich denke, du bist so ein knallharter Typ. Ich denke, du bist so ein knallharter Typ. Ludwig, los jetzt! Ich denke, du bist so ein knallhter Typ. Vito schießt. showingen Sie sich nur fuh eier. locks die Schwester zu eingestert. Yue, ich laske. Ge Los, zeig dich! Wie geht noch, Vito? Hey, du Arschloch! Hier! Okay, Showtime, Vito! Lass dir was einfallen, beeil dich! Hast du das mal wieder hergelernt? Du schießt wie meine Schwester! Ich werde das mal wieder hergelernt! Bist du denkst? Lass dir nicht so weiter... Fertig! Bist du deinem Wahl in den Konzern? Scheiße. Das war knapp. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv die Bulmen. Vielleicht haben uns die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das wird zweifelig. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug anladen. Vito, bring uns zum alten Lager aus in Hande. Okay. Ich hoffe, der deal ist besser als der Beste. Das wird scheinbar. Schlimmer kann's verkauft werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das, Sir? So ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hättest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Ja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir Kleinkäckchen verkaufen. Das hätt ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen hab. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Nee, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen. Bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knastland bist. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und hab ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnappsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Und keine Sorge gehabt, morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Drängskern abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. So, jetzt ziehen wir erst mal das Ding hier durch, bevor wir große Pläne spielen, okay? Na, ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Was ist das? Ich könnte euch einfach nur eine Bier, aber du bist wie ein Mann, der gute Gutes macht. Das ist, warum ich würde mich zu einer Master Beer geben. Master Beer? Ja. Ich würde mal. Wow. Sally, es ist St. Mary gekommen und sie hat in der Hallow, Baby. Yeah, Baby. Oh, baby, man, it's up for tonight. Wir sind da. Lass mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe. Hey, Leute, wie geht's? Hey, Mann, kommt rein. Scheiße. Oh, verdammt. Falltreffer. Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Richtig wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. Hoheue. So, diese Size, baby, Diamond Ray If that Diamond Ray don't shine He gonna take it to a private eye If that private eye can't see Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020